Ich möchte euch jetzt noch zwei Kollegen von mir vorstellen, den Jörn und den Nick. Die haben hier bei Amazon die Fußballmannschaft organisiert und die laufen da drüben auch über sie an. Jörn und ich kennen uns mittlerweile seit drei Jahren. Wir bestellen uns auf der Arbeit gut und wollten auch ein bisschen Zeit in der Freizeit miteinander verbringen. Da kamen wir dann eben auf Idee, eine Fußballtruppe zusammenzustellen. Wir haben hier in Werner das Glück, dass direkt neben dem Standort ein Fußballplatz gelegen ist, sodass es relativ leicht ist, nach der Arbeit mal spontan eine Truppe zusammen zu trommeln. Wir versuchen immer so aus den Support-Abteilungen 15 bis 20 Mann zusammenzukriegen, dass wir einmal die Woche hier ein Fußballspiel auf die Beine stellen. Wir wollten das auch über den Winter machen und deshalb bietet es sich super an. Direkt hier vor der Tür ist natürlich auch eine Soccerhalle und regelmäßig nach der Arbeit heißt es dann Fußballspielen, Fußballschuhe schnüren und auf geht's. Ja und vielleicht kommen wir ja irgendwann mal zu einem Firmencup mit den dementsprechenden Trikots natürlich. Und wer weiß, vielleicht holen wir da mal einen Pokal und das wäre ja mal was. Läuen